Wenn man klettert, ist es, als gäbe es sonst nichts anderes. Nur das Hier und Jetzt. Nur der Berg. Die Bedingungen sind perfekt. So gut, wie sie jetzt sein können, Michael. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Gehen wir klettern. Lass uns gegen den Bastard gewinnen. Wird aber auch Zeit. Komm schon. Wieder mal. Habe ich keine Chance gegen den Berg. Und nun wird er dich umbringen. Also, nach oben oder nach unten? Schon besser. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen hier verdammt nochmal weg. Eitelkeit ist tödlich, wenn man sie mit in die Wand nimmt. Und er wird diesen Weißenberg erklimmen, egal was es kostet. Der einzige Weg nach unten ist nach oben. Wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen, sterben wir hier. Das ist doch Selbstbord, Mann! Michael! Ahh! Ah!